Ich bin Dana und arbeite im Institut für Technologie und Arbeit in Kaiserslautern. Was mich am Belvedere-Projekt besonders fasziniert, ist der internationale Erfahrungsaustausch, der dazu führt, dass wir uns alle gemeinsam verbessern. Ich bin Alex und ich beteilige mich im Projekt Belvedere, weil ich meine KollegInnen und andere Fachkräfte unterstützen möchte, den Mehrwert von digitalen Tools für ihre Arbeit zu nutzen. Ich bin Marta Monserrat von AuraFundation und wir sind froh, mit dem Projekt Belvedere-Projekt weil wir uns die digitalen Technologien mit verschiedenen Staaten und Ländern verabschieden. Join us on Belvedere! Ja!